Musik Willkommen hier bei Asphalt Art, dieses Mal wieder aus einem Fotostudio aus Wiesbaden. Und neben mir, da steht der nagelneue Skoda Kodiak RS. Wir fangen diesmal nicht mit dem Schlüssel an, keine Angst, den gibt es gleich, sondern wir gucken ihm unter die Haube. Denn da hat die größte Veränderung von allen stattgefunden. Das, was mich hier anlacht, ist zwar immer noch ein Vierzylinder, aber kein TDI mehr, sondern jetzt ein 2.0 TSI. Nicht wundern, diese Kabellage liegt bei euch natürlich nicht im Auto, aber ihr seht ja, wir stehen in einem Fotostudio und da hängt das Auto am Strom, damit es weiterhin so schön mit den Augen leuchten kann, wie es das jetzt tut. Hier in diesem 2.0 TSI verbergen sich 245 PS. Das Drehmoment ist noch nicht so ganz final bekannt. Es wird sich aber wahrscheinlich so um 370 Newtonmeter bewegen. Das bedeutet, der neue Kodiak RS wird definitiv weniger Drehmoment haben als sein Vorgänger. Mit dem 2 Liter Diesel hatte der Kodiak RS da nämlich 239 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Dafür habt ihr jetzt hier mit dem Benziner 5 PS mehr Spitzenleistung. Machen ihm die Klappe wieder zu. Zack. Und gucken uns einmal die Farbe an. Für mich, bei egal welchem RS-Modell, meine Lieblingsfarbe. Race Blue. Die Farbe gibt es schon lange bei Skoda und schon lange finde ich sie schön. Und ich finde gerade dem Kodiak RS, schon dem Vorgängermodell, stand das Race Blue einfach richtig, richtig gut. Und Vorgängermodell ist auch ein sehr gutes Stichwort. Wenn ihr jetzt nicht so wie ich sagt, ihr möchtet den neuen haben, denn ich finde den schon ehrlich gesagt knackiger als den alten, sondern ich gucke mir vielleicht jetzt gerade, wo der neue da ist, mal das Vorgängermodell als gebrauchten an, dann checkt den sehr gerne mit der Hilfe von CarVertical ab. Das ist ein Findecoder und die unterstützen uns bei diesem Video. Da gebt ihr einfach die Fahrzeugidentifikationsnummer von eurem Wunschauto ein und dann spuckt euch CarVertical einen Damage Report aus, wo ihr sowas seht wie, wo war das Auto zugelassen, wie viele Vorbesitzer gibt es, gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten im Kilometerstand, wurde das mal als Taxi benutzt oder als Mietwagen, wurde das durch halb Europa gereicht und gibt es irgendwelche Schäden, von denen euch der Vorbesitzer vielleicht nichts erzählt. Und im besten Fall gibt es dann sogar noch ein paar Fotos von den Schäden vom Auto und wie es aussah, nachdem es repariert wurde. Und das Gute an CarVertical ist, diese ganze Datenbasis beruht auf dem Blockchain-Prinzip, das heißt, ist einmal ein CarVertical Damage Report erstellt, kann der nie wieder verändert und damit auch nie gefälscht werden. Wenn ihr den Link in der Videobeschreibung benutzt, unterstützt ihr nicht nur unseren Kanal, sondern bekommt auch noch 10% Rabatt. Jetzt gucken wir uns hier aber mal die Neuerungen im Design am Kodiak RS Facelift an. Ganz besonders auffällig natürlich die Scheinwerfer. Hier gibt es jetzt so ein zweigeteiltes Design auf jeder Seite. Hierhinter verbirgt sich ein Matrix-LED-Licht, womit ihr entgegenkommenden Verkehr und vorausfahrenden Verkehr ausblenden könnt und somit mit Fernlicht fahren könnt, ohne dass ihr jemanden blendet. Nennt sich bei Skoda Crystal Lighting. Ja, und dann sieht man hier schon diese ganzen hochglanzschwarzen Elemente. Sowohl der Kühlergrill, der jetzt noch etwas aufrechter steht als vorher, womit die Front noch ein bisschen knackiger, aggressiver, sportlicher wirkt. Und genauso links und rechts diese beiden hochglanzschwarzen Elemente, wo dann nochmal Aero-Elemente dahinter sind. Die sind tatsächlich auch echt. Da wird die Luft hier vorne von der Frontschürze weggesaugt und dann optimal an der Felge vorbeigeführt. Mittig dahinter steckt die Radareinheit für den abstandsgeregelten Tempomat. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ihr konntet mir bei YouTube in den Community-Beiträgen Fragen zum neuen Kodiak RS stellen und unter anderem war da die Frage dabei, ist der ACC eigentlich prädiktiv? Und ja, das ist er. Das bedeutet, er regelt nicht nur den Abstand zum Vordermann und hält die Spur, sondern das Auto weiß auch, wann, wo, wie schnell gefahren werden darf und liest auch Schilder mithilfe der Kameras hinter der Frontscheibe und passt dann automatisch die Geschwindigkeit im Tempomat an. Und YouTube ist auch ein gutes Thema und Fragen stellen. Wenn ihr mir zukünftig Fragen stellen wollt, dann unbedingt YouTube abonnieren, denn dann verpasst ihr nicht nur die kommenden Videos nicht mehr, sondern könnt auch teilhaben am Geschehen hier auf dem Kanal. Sehr gerne auch mal bei Instagram und TikTok und Facebook und überall, wo ihr halt so seid, vorbeischauen. Unterhalb dieser Radarplatte gibt es auch noch eine Kamera, denn für den Kodiak RS gibt es natürlich eine 360-Grad-Rundumansicht, die beim Einparken hilft. Mittig darüber der geflügelte Pfeil, Silber auf schwarzem Grund und dann so ein einzelner fetter Dome, der sich hier mittig wegzieht. So ganz im Allgemeinen macht der Kodiak RS genauso wie schon der Vorgänger einen ziemlich sportlichen Eindruck. Der neue Kodiak RS ist insgesamt 4,70 Meter lang. Er ist 1,88 Meter breit und zwar ohne diesen schönen schwarzen Außenspiegel. Und er ist 1,67 Meter hoch. Und jetzt kommen wir direkt zur nächsten Frage bei YouTube, nämlich wie hoch ist die Bodenfreiheit bzw. wie groß? Antwort 19,7 Zentimeter. Und im gleichen Atemzug wurde gefragt, wie groß ist der maximale Böschungswinkel? Der beträgt hier 18 Grad. Wer da mehr braucht, der sollte statt zum RS lieber zum Kodiak Scout greifen, denn der hat 22 Grad Böschungswinkel. Das liegt einfach daran, dass der RS vorne eine etwas sportlichere Front hat und durch die Lippe, die ein bisschen weiter rausgezogen ist, büßt er ein wenig Böschungswinkel ein. Was ich euch auch noch schuldig bin, das sind die Preise. Da kann ich euch jetzt leider noch nichts ganz Genaues zu sagen, weil es da noch keine Infos von Skoda dazu gibt. Der Vorgänger ging bei ganz knapp unter 50.000 Euro los und es wurde so hier rumgemunkelt von Skoda Mitarbeitern, dass der Neue wohl auch so in dem Rahmen losgehen wird. Sobald er konfigurierbar wird, könnt ihr ja einfach mal bei Skoda.de ein bisschen rumspielen und euch euren Kodiak RS konfigurieren und dann seht ihr auch einen Preis. Wir gucken uns jetzt hier mal die Felgen an. Das sind in unserem Fall 20 Zöller. Die finde ich auch sehr, sehr cool aussehen, sehr groß und die sind aerodynamisch optimiert. Und auch dazu gab es eine Frage, nämlich wurde da gefragt, das fand ich ja ein bisschen gemein, muss ich da dieses Käse-Reiben-Design nehmen. Erstens, das ist keine Käse-Reibe, sondern wie eben schon gesagt, das ist eine aerodynamisch optimierte Felge und zweitens, das muss ich natürlich nicht nehmen. Selbst wenn ich mich für diese Felgen entscheide, muss ich das nicht nehmen, denn ich kann hier diese Kappe abnehmen, sodass die Felge blank zum Vorschein kommt und dann habe ich hier so eine Vielspeichenfelge, zweifarbiges Design, bleibt natürlich dann bei 20 Zoll. Das ist auch das Größte, was ich hier fahren kann. Alle, die noch mehr wollen, die müssen dann, wenn sie trotzdem Skoda fahren wollen, zum Enyaq greifen. Da gibt es maximal 21 Zoll und dazu gibt es natürlich auch ein Video hier auf dem Kanal. Schaut da sehr gerne mal rein. So, und wenn ich dann doch wieder aerodynamisch unterwegs sein möchte, dann zack, immer mit so ein bisschen sanfter Gewalt mache ich mir diese Radkappe wieder drauf und dann habe ich wieder das geschlossene Design. Weiter geht's, eine Etage weiter hinten mit den Spiegeln. Darunter verbirgt sich eine von vier Kameras für die 360 Grad Rundumansicht fürs Einparken. Wie schon gesagt, hochglanzschwarz, so wie sich das für ein RS-Modell bei Skoda gehört. Die sind auch sehr schön groß, brauche ich auch, ist ja auch ein großes Auto. Und auch die Fensterlinie ist eingerahmt in hochglanzschwarzen Zierelementen. Kein Chrom weit und breit an dem ganzen Auto. Und die hinteren Scheiben sind hier auch getönt. Und gerade dieser Kontrast aus dem Dunklen und dann diesem knalligen Race Blue, der gefällt mir jedes Mal aufs Neue richtig, richtig gut. Es gibt auch einen schwarzen Schweller. Und jetzt würde ich mir noch eine Sache wünschen, das würde das noch knackiger machen. Wäre zwar ein bisschen unpraktisch, und zwar, wenn der Schweller hier hochglanzschwarz wäre. Aber okay, das ist natürlich dann nur so ein kleines Design-Ding. Und naja, jeder, der mit dem Kodiak das macht, wofür ein SUV da ist, nämlich vielleicht auch mal über den Feldweg, der wird froh sein, dass das Ding nicht hochglanzschwarz ist. Hier vorne, sowohl auf der Fahrerseite als auch hinten bei den hinteren Türen und natürlich auch auf der Beifahrerseite, gibt es Keyless Entry und Keyless Close. Und das bin ich euch natürlich noch schuldig. Der Schlüssel, der sieht beim Kodiak RS so aus. Das ist also nicht dieser neue hochglanzschwarze Schlüssel, wie zum Beispiel beim Octavia, habt ihr bei uns ja auch schon gesehen, sondern noch die ältere Generation. Mir gefällt der sehr, sehr gut. Der ist richtig schön schlank, trägt nicht so dick auf in der Hosentasche. Und dieses etwas ältere Design passt für mich auch einfach gut zu so einem Skoda Kodiak, zu so einem großen Bär, zu so einem SUV. Der muss nicht so filigran sein. Hier in der Tür verstecken sich noch zwei Simply Clever Features. Die sind ja immer ganz wichtig bei Skoda. Erstens, kommt mal her. Achtet mal auf diese Kante hier, wenn ich jetzt gleich die Tür aufmache. Festhalten. Habt ihr es gesehen? Der Kantenschutz fährt hier raus. Das gibt es nicht nur vorne, sondern auch hinten. Da freut sich jeder Parkplatznachbar. Und ein Feature, wofür man sich normalerweise ein Rolls Royce kaufen muss. Ach, hier ist natürlich noch ein Regenschirm in der Tür, wie sich das bei Skoda gehört. Das ist wirklich ein unglaublich cleveres Feature und es gab schon die eine oder andere Situation, wo mir mein Skoda-Testwagen einen trockenen Kopf oder eine trockene Frisur ermöglicht hat, weil ich dann doch einen Regenschirm dabei hatte. Sehr, sehr cool. Ansonsten zieht sich die Fensterlinie hier richtig schön weit nach hinten. Und dann bleibt noch das Heck übrig. Da gibt es auch was Neues, nämlich eine neue Lichtgrafik. Bevor ich euch jetzt hier das neue Lichtdesign zeige, erstmal ein paar harte Zahlen und Fakten. Wir machen ihm die selbstverständlich elektrisch öffnende und schließende Heckklappe auf. Denn dahinter kommen, das ist beim Kodiak ein wichtiger Sellingpoint, 650 Liter Kofferraumvolumen zum Vorschein. Ich kann den Ladeboden auch nochmal nach unten versetzen und natürlich auch die Rücksitzbank per Fernentriegelung umlegen. Wenn ich das tue, werden aus den 650 Litern 1.960 Liter, so rum ist es richtig. Ich kann natürlich auch die Mitte umklappen als Skidurchreiche. Und was ihr gerade gesehen habt, die Sitze fallen im Verhältnis 60 zu 40 um, 60 auf der Fahrerseite, 40 auf der Beifahrerseite. Wenn ich die Mitte umklappe, kann ich dieses Verhältnis natürlich entsprechend auch umkehren. Wir machen ihm die Klappe wieder zu und jetzt gibt es endlich die Neuerungen im Design und zwar hier an den Rückleuchten. Das, was ihr jetzt gerade im Detailbild seht, das ist die Seitenansicht der Rückleuchten. Und da hat sich jetzt so ein Durchbruch reingemogelt, wo die Rückleuchte nochmal unterbrochen ist. Und dadurch wirkt das ganze Design nochmal flacher. Es sind noch mehr Winkel drin. Es sieht noch, ja, keine Ahnung, so natürlicher aus, gewachsen aus. Das ist überall diese Aderstruktur, die Skoda damals mit dem Kodiak hier im Licht eingeführt hat. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Und der Kodiak blinkt natürlich, guckt mal hier hin, hinten dynamisch. Vorne blinkt er statisch. Macht das Auto natürlich nicht besser oder schneller. Ich finde es aber schön. Darunter dann ein schwarzer Kodiak-Schriftzug. Finde ich auch wirklich schön, dass die in Hochglanz schwarz gehalten sind. Genauso wie der große Skoda-Schriftzug in der Mitte. Und mein absolutes Lieblingsthema, die Rückfahrkamera. Sie verbirgt sich nicht hinter einer Schutzklappe. Dafür hat sie aber wenigstens eine Reinigungsdüse spendiert bekommen. Für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie man diese Reinigungsdüse aktiviert. Wenn das Auto an ist, einfach mal den Heckscheibenwischer nach vorne komplett durchdrücken, so dass die Düse am Heckscheibenwischer mit aktiviert wird. Dann wird auch die Rückfahrkamera gereinigt. So, und jetzt kommt's. Festhalten. Seid ihr bereit? Seht ihr diese Auspuffblenden? Das sind zwar Blenden, hier hinten diese großen Endstücke, das war auch eine Frage. Aber dahinter kommen direkt links und rechts die echten Abgasendrohre zum Vorschein. Es ist also nicht mehr so wie beim Vorgänger, der hatte nämlich nur eins, dass wenn man an kalten Tagen hinterherfährt, nur unter einer Blende so ein bisschen hier das Abgas hinaus abgast. Sondern jetzt wirklich echte Auspuffe bis auf, klar, diese allerletzte Zierblende. Aber das geht technisch einfach nicht, dass das wirklich der echte Auspuff ist. Das muss sich ausdehnen können, das muss wackeln können. Und dadurch, dass die Spaltmaße hier so knapp sind an der Karosserie, damit das alles so richtig schön tight aussieht, wird das so gelöst. Wo wir schon hier drüben sind, gibt es natürlich auch noch den RS- bzw. VRS-Schriftzug und den 4x4-Schriftzug. Außerdem als letztes Detail hier am Heck, das durchgängige Reflektorband. Daran sind die RS-Modelle zu erkennen und daran war auch schon der Vorgänger zu erkennen. Wenn ihr also einen Kodiak auf der Autobahn vor euch habt mit so einem durchgängigen Reflektorband, dann wisst ihr, braucht er keine Lichthupe machen. Der wartet wahrscheinlich nur darauf, dass vor ihm wieder frei ist und er seinen 245 PS freien Auslauf lassen kann. Ha, Moment, ihr dachtet, ich habe es vergessen. Habe ich auch fast. Denn hier ist sie nicht konfiguriert. Ihr wisst schon, worum es jetzt gehen wird, nämlich die Anhängerkupplung. Auch das war eine Frage, wie schwerer Anhänger darf der neue Kodiak RS ziehen? Der alte war ja wirklich ein richtiges Zugwert. Der konnte maximal 2300 Kilo gebremst ziehen. Diesen Wert gibt es für den neuen Kodiak RS noch nicht. Es kann sein, dass der vielleicht ein bisschen niedriger ist. Vielleicht ist er aber auch genauso hoch. Denn obwohl der neue Kodiak RS weniger Drehmoment hat, ist das Auto alleine durch den Motor über 60 Kilo leichter als der Diesel. Da das alles nur Mutmaßungen wären, müssen wir einfach warten, bis Skoda da die finalen Zahlen rausgibt. Ich denke, es wird sich im Raum von 2000 Kilo bewegen. Hier im Innenraum vom neuen Kodiak RS hat sich gar nicht so extrem viel getan. Ein paar Dinge sind aber neu. Zum Beispiel das Lenkrad. Das ist das neue Skoda Lenkrad, allerdings die Sportversion. Genauso kennt ihr sie auch schon bei uns aus dem Octavia RS. Drei Speichen unten abgeflacht. Links und rechts gelochtes Leder. Rote Ziernähte dahinter. Und hier unten nochmal das RS- bzw. VRS-Emblem. Dahinter dann auch die entsprechend neuen Schaltwippen. Die sind zwar immer noch aus Kunststoff, aber hier im Kodiak RS genauso wie im neuen Octavia jetzt ein bisschen massiver und fühlen sich einfach wertiger an. Dahinter habe ich ein voll digitales Cockpit, wo ich mir verschiedenste Ansichten rein projizieren kann. Unter anderem auch die Navi-Karte. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage aus dem YouTube-Post. Kann man sich hier ein Google Maps Satellitenbild anzeigen lassen? Nein, das geht nicht. Weder hier vorne im digitalen Cockpit, noch hier auf dem großen Display in der Mitte. Ihr kriegt immer natürlich eine stilisierte Kartendarstellung, allerdings kein Satellitenbild. Dahinter kommt gleich die nächste Frage. Leider kein Head-Up-Display zum Vorschein. Aber man muss an dieser Stelle auch sagen, das Auto hier ist kein neuer Kodiak RS, sondern es ist ja in Anführungszeichen nur ein Facelift. Und da das technisch im alten Kodiak RS so noch nicht gedacht war, gibt es das hier auch nicht. Bleibt abzuwarten, was dann irgendwann mit dem wirklich neuen Kodiak RS kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch ein Head-Up-Display einzugehält. Hier oben sieht man dann auch direkt die nächste Neuerung. Diese roten Ziernähte, die sich hier über die gesamte Breite ziehen, eine Doppelziernaht. Die gab es im Vorgängermodell noch nicht. Die ist jetzt hier neu. Ich finde, die sieht sehr schön aus und Alex hat es super treffend formuliert, der wie immer für euch hinter der Kamera steht. Mensch, was so eine Doppelziernaht in so einem Innenraum ausmacht, und da muss ich ihm vollkommen recht geben, es wirkt einfach hochwertiger. Das Dashboard hier ist weiterhin mit so einem Soft-Touch. Das ist kein Leder, trotzdem natürlich hier die Ziernaht. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage von YouTube. Kann man sich diese roten Ziernähte hier und zum Beispiel auch auf den Sitzen eigentlich auch in der Sportline konfigurieren? Und da ist die Antwort leider nein. Das gibt es nur, wenn ihr den RS nehmt. Und gleich die nächste Frage ist hier wie beim Brezelbacken, den RS, den Kodiak RS, wird es ausschließlich mit dem 2.0 TSI mit 245 PS geben. Es wird hiervon keine Plug-in-Hybrid-Variante geben, wie es das zum Beispiel beim Octavia RS IV gibt. Und ja, in der Mitte haben wir ein großes Display. Das hat das Facelift vom Vorgänger übernommen. Hier läuft eine Version von MIB 3 drauf, also dem modularen Infotainment-Baukasten Nummer 3. Und ihr habt gefragt, ob das System hier genauso anfällig ist und so viele Kinderkrankheiten noch hatten, wie zum Beispiel im Golf 8. Und da denke ich, ich kann ihn ja nun nicht im Alltag fahren, aber ich denke, das ist nicht der Fall. Denn sowohl zum Beispiel im Seat Ateca als auch hier im Vorgängermodell, im Vorfestlift, ist aufgefallen, dass diese alte Hardware, also das, was hier drin ist, in Anführungszeichen alt, mit dem neuen MIB 3 flüssiger und zuverlässiger läuft als die neue Hardware, wie zum Beispiel im Golf 8. Klingt komisch, ist aber so, deshalb mache ich mir hier überhaupt keine Gedanken. Es läuft sehr, sehr flüssig. Ich kann hier wunderbar per Touch durchnavigieren, habe natürlich eine Navi-Karte, alles, was ich brauche, Medien kann ich steuern und das auch relativ ruckelfrei. Darunter gibt es eine Klimabedienung, noch so richtig schön oldschool, drei Drehregler. Ich finde das schön, da kann man die wichtigsten Funktionen sehr zielsicher während der Fahrt bedienen. Hier also kein Touch. Es gibt auch nicht diese komischen Slider, wie zum Beispiel im Octavia oder im neuen Golf, um hier die Temperaturen zu verstellen. Hier habe ich überall physische Tasten. Eine Etage weiter tiefer, dann ein Ablagefach fürs Handy, wo das Ganze auch kabellos geladen wird. Man muss aber sagen, das hier ist ein aktuelles iPhone 12 Pro Max inklusive einer Hülle. Und mit Hülle ist dieses QI-Ladepad ein kleines bisschen zu klein. Ohne Hülle passt es rein. Und da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage, die ihr hattet. Gibt es hier Android Auto und Apple CarPlay kabellos? Ja. Ihr braucht überhaupt kein Kabel. Ihr steigt mit eurem Handy ein, was mit dem System verbunden ist und sofort fängt an Android Auto bzw. Apple CarPlay over the air zu laufen. Und over the air war auch eine Frage. Das ist im Moment ein sehr großes Thema in der Automobilbranche. Updates over the air. Oder auch Functions on demand, wie man so schön sagt. Kann ich mir hier im Kodiak ES eigentlich Funktionen im Fahrzeug noch nachträglich nachrüsten? Und das geht hier nicht. Das kommt vielleicht mit der nächsten Generation. Hier bekommt ihr das, was ihr auch bestellt. Was es natürlich online gibt, das sind selbstverständlich zum Beispiel Navi-Karten-Updates. Da müsst ihr nicht extra für zum Skoda-Händler fahren, sondern das macht das Auto alles selbstständig und holt sich die Daten direkt übers Internet. Unser 2-Liter TSI hängt an einem 7-Gang-DSG. Gibt es hier im Kodiak ES auch nicht anders. Ich gehe mal davon aus, es schaltet genauso gut wie alle anderen 7-Gang-DSGs aus dem VAG-Konzern. Und dann habe ich hier hinten noch so ein paar Fahrmodi. Die zur Verfügung stehen Eco, Komfort, Normal, Sport, Individual und ein Snow-Modus. Und da kommen wir jetzt zu einer super Frage, die ich mir auch sofort gestellt habe. Und ihr natürlich auch in den Kommentaren. Hat das Ding einen Sound-Generator? Wenn ja, wie klingt der und lässt er sich abschalten? Ich mache ihn dafür mal an. Wir sind jetzt im Fahrmodus Normal. Das, was ihr jetzt hört, ist der Innenraum. Wenn ich jetzt einfach mal Gas gebe. Ein bisschen, ganz leicht ist der Sound-Generator an. Wenn ich in Eco gehe, ist der Sound-Generator aus. Dann ist er etwas leiser. Und wenn ich in Sport gehe, hört man gleich. Dann ist er an. Und dann klingt der Kodiak ES auch ziemlich kernig. Dann ist er etwas leiser. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, beim aktuellen Octavia ES hat mir der Sound-Generator nicht so gut gefallen. Hier gefällt er mir wirklich deutlich besser. Und zu der Frage, lässt er sich abschalten? Jein. Wenn ich im Sport-Modus bin, dann ist der immer an. Dann kann ich ihn leider auch nicht abschalten. Im Eco-Modus, habt ihr gesehen, kann ich ihn ausmachen. Oder ich nehme den Individual-Modus und stelle mir alles einzeln ein. Und da habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, Sound-Generator an oder aus. So, jetzt gibt es hier noch zwei Becherhalter. Hier gibt es noch ein Fach für den Schlüssel und Münzen, die hier festgehalten werden können. Alles simply clever. Eine Mittelarmlehne, die sowohl in der Höhe als auch in der Länge und beziehungsweise Kürze arretierbar ist. Und nochmal kurz zurück zu den Sitzen. Das ist auch was ganz Neues. Erstens mal sind die Sportsitze jetzt hier nicht mehr aus dieser Leder-Alcantara-Kombination, sondern komplett aus Leder und so einem Carbon-Imitat. Und das ist jetzt auch perforiert, denn es gibt die Sportsitze hier im Kodiak RS jetzt nicht nur mit Sitzheizung, sondern auch mit Sitzbelüftung. Das finde ich richtig klasse im Sommer. Natürlich auch Isofix hier vorne und auch hinten. Das gucken wir uns gleich an. Und sowohl Fahrer als auch Beifahrer können sich ihre Sitze voll elektrisch einstellen und auf drei verschiedenen Memory-Positionen ablegen. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal nach hinten, denn da hinten kann man sich auch das Schiebedach viel besser angucken und wir gucken mal, wie viel Platz auf der Rücksitzbank bleibt. Ja, und hier hinten, ich meine, guckt es euch an. Da ist der Kodiak halt platzmäßig einfach über jeglichen Zweifel erhaben. Schaut euch bitte mal diese Beinfreiheit hier an. Das ist ja hier wirklich, das sind Platzverhältnisse wie in einem Audi A8L. Und ich weiß, worüber ich spreche. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne zu einem Audi A8L hier auf dem Kanal ein Video angucken. Es ist unfassbar, wie viel Platz hier drin ist. Ich bin 1,84 Meter groß. Der Fahrersitz ist auch auf meine Körpergröße auf 1,84 Meter eingestellt. Und weil das gefragt wurde im Community-Post bei YouTube, selbst wenn da vorne jemand mit 1,90 Meter sitzen würde, selbst mit zwei Metern, könnte ich hier ebenso mit zwei Metern noch gut dahinter sitzen und sitze wirklich unheimlich bequem. Ich habe hier auch die Vario-Sitzbank ausgestattet. Das bedeutet, ich kann einmal die Seite hinter dem Fahrersitz nach vorne und nach hinten verschieben. Und das kann ich mit dem Sitz hinter dem Beifahrersitz auch nochmal machen. Und ich habe die Möglichkeit, die Neigung der Rückenlehne nochmal umzustellen in verschiedenen Positionen, so dass ich mir das nach Belieben einstellen kann. Wenn ich nicht ganz so viel Platz hier hinten brauche, wenn zum Beispiel ein Kindersitz hier hinten ist, habe ich dafür mehr Platz im Kofferraum. Selbstverständlich eine Mittelarmlehne, die ist auch richtig schön breit, wo beide Mitfahrer entspannt ihre Ellenbogen drauf ablegen können, mitsamt Becherhaltern. In der Mitte der Platz, der ist auch relativ breit gehalten. Ihr könnt ja mal hier gucken, gerade im Vergleich, hier so 1, 2, 3 Handbreit gehen dahin. Einziges Manko natürlich, da wir hier ein Allradfahrzeug fahren, gibt es in der Mitte einen Kardan-Tunnel. Aber hier hinten ist so viel Platz, dass selbst der gar nicht mal so störend ist und ich mir gut vorstellen könnte, dass man selbst auf dem mittleren Platz einige Zeit aushalten kann. Ich habe links und rechts Isofix. In der Mitte habe ich kein Isofix. Außerdem gibt es hier hinten nochmal eine dritte Klimazone. Sitzheizung hinter dem Fahrer und dem Beifahrer, einen USB-C-Anschluss und eine Steckdose. Es ist allerdings kein großer, runder Schuko-Stecker, sondern nur so ein flacher, aber immerhin eine 230-Volt-Steckdose. Außerdem ein riesengroßes Panoramaglasdach, was sich wirklich so weit hier nach hinten erstreckt, dass selbst die Mitfahrer hier hinten, guckt mal hier, noch was haben. Davon, da steht übrigens Alex, hallo Alex, und hier schön nach oben rausgucken können und sich den Himmel angucken können. Also das ist echt unglaublich groß, sehr, sehr schön. Öffnet dann bis zur Hälfte. Es ist auch getönt, sodass die UV-Strahlung nicht so durchballert und man kann hier natürlich auch noch einen Sonnenrollo davor fahren. Außerdem habe ich hinten solche Sonnenrollos in den Türen. Das ist auch sehr praktisch. Die Fenster öffnen und schließen, natürlich voll elektrisch. Und in die Türtaschen passt hier mal ganz easy eine 1,5-Liter-Flasche rein. Also der Kodiaq ist echt ein prädestiniertes Auto, nicht nur als RS, um zu viert unglaublich entspannt richtig schön weit zu reisen. Hier hinten sind die Sitze auch nochmal rot abgesteppt. Sie sind auch perforiert, allerdings gibt es hier hinten dann keine Sitzbelüftung. Und sie sind auch so ein bisschen ausgeformt, aber jetzt nicht übermäßig. Sie sind bei weitem nicht so sportlich wie die Sitze da vorne. Trotzdem sind sie aber sehr, sehr bequem. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das vielleicht ein Fehler war, dass der Kodiaq RS jetzt nicht mehr mit dem starken Diesel kommt. Ich meine, man kann Skoda da eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Die haben darauf keinen Einfluss. Der Motor ist halt einfach leider aus dem Programm geflogen. Ich glaube dennoch, dass der große 2-Liter-Benziner Spaß machen wird hier im Kodiaq RS. Ich freue mich drauf, das Auto zum allerersten Mal zu fahren. Und ich denke, dass er mit dem Benziner einfach ein bisschen mehr diese RS-Spritzigkeit bekommen wird, die ihm mit dem großen Diesel gefehlt hat. Auf der anderen Seite war natürlich der große Vorteil vom Diesel, der Kodiaq RS war ein richtig dickes Zugpferd. Zum Schluss jetzt noch eine allerletzte Frage, die ihr bei YouTube gestellt hattet, nämlich der Vergleich zu zum Beispiel Seat Ateca. Und an dieser Stelle muss man mal ganz deutlich sagen, man kann den Kodiaq auf keinen Fall mit einem Ateca vergleichen, denn der Kodiaq ist viel, viel größer. Den muss man eher vergleichen mit sowas wie einem Seat Tarako. Dazu könnt ihr euch sehr gerne hier auch ein Video auf dem Kanal angucken. Und da ist jetzt natürlich das Interessante, es gibt vom Tarako keine entsprechend sportliche Version mit so viel Leistung, wie es sie hier vom Kodiaq RS gibt. Andere Mitbewerber sind da, naja, von der Größe ein Touareg oder ein Q7, aber da sind wir natürlich preislich in ganz anderen Sphären. Und ein Tiguan, den es als R gibt, der ist einfach zu klein, genauso wie ein Ateca. Der Kodiaq füllt hier also eigentlich eine relativ leere Lücke. Und ich glaube, deshalb wird das Auto auch in Zukunft genauso interessant sein für die Käufer, wie er bisher schon war. Ich finde, er ist optisch sehr gut gelungen. Wie findet ihr das? Was sagt ihr zum Benziner? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das nicht eh schon getan habt, denn dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao!